Stillgestanden Kadetten, Hauptmann hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Art Space Tripbreaker. Und ich hätte gesagt, wir schnappen uns dieses Mal einen Station Hopper. Yes. Okay, wir schauen uns den Brocken mal an. Der sieht so aus. Zumindest das Game hat mal gesagt, der sei schwierig. Moment mal, jetzt haben wir da... Hatte ich gar nicht... Ey, wo ist jetzt das Panel hin? Hat mal gesagt, das Schiff sei schwer. Keine Ahnung, wo das Panel jetzt hin ist. Ich wollte eigentlich nur diese blöde Antenne haben. Hui. So, wir rupfen den Scheiß mal ab. Den Scheiß auch mal. Komm schon. Gut, dann hätte ich mal gesagt, wir schnibbeln hier mal die Außenseite los. Also nicht die Außenseite, aber die Scheiße hier halt. Ran. Wir müssen hier wohl... Einiges abschnibbeln, so wie es aussieht. Well, Furniture sollen wir abreißen. Electrical, Power Cell... Ja, da kommt einiges zusammen. Muss man schon so sagen. Aber damit kriegen wir richtig Fat Tokens, man. Richtig Fat Tokens. So, das heißt also, ich kann euch... Ganze Brocken jetzt am Stück da runterreißen. Und hier drüben reinziehen. Finde ich perfekt. Ey, wo willst denn du hin? Oh, den Scheiß pressen wir da mal rein. Ja, Scheiß wird jetzt ein bisschen blöd zum Ziehen, weil wir wollen ja nicht die Platten abziehen. Wir wollen ja... Oh, fick dich, du Scheißplatte. Ich zieh dich gleich mit dem Pedder rein. Ich geh da runter... Und dann da rein, du... Kack, Dreckscheißteil. So, bitte, danke. Gut, dann schneiden wir hier mal auf. Ah, lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ah, perfekt. Wir haben vier Karten. Die abschnüppeln wäre gefährlich. Ja, mein Scanner sagt, es wäre gefährlich. Was wird diese noch besser gemacht? Einen Moment. Nummer Uno. Nummer Dos. Und Nummer Tres. Komm. Perfekt. Du kommst mal mit. Ich will die nicht mit Headers reinziehen müssen. Einfach nur. Weil Headers sind teuer. Und Geld ist genau das, was wir nicht haben. Einfach ganz einfach aus dem Grund, weil wir einen Arsch voll Schulden haben. Ich glaube gar nicht, wie viele Schulden wir haben. Okay, ihr wisst ja, wenn ihr schon mal eine Folge gesehen habt, aber... Nein, wofür habe ich so viele Schulden? Habe ich irgendwie der Katze vom Gesitz am Schwanz gezogen und die hat einen neuen bionischen Kassenschwanz gebraucht, oder? Was habe ich verbrochen? Ich will es, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich gar nicht wissen. So, wir machen den hier mal auf. Gut, dann mal rein hier. Oh. Wo ist dein Atmospheric Regulator? Schöne Schiffchen. Hier oben, okay. Okay. Okay, wir sind offen. Sehr schön. Hey. Es ist mir. Ja, look. Ich verstehe. Du willst nicht mit mir reden. Na, hey. Du musst nicht. Just listen. Niemand alive kann ein Engel sein. Und ich will nicht, dass du meinen anderen Seite sehen kannst. Ich bin, du kennst. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich versuche, es zu tun. Das war nie mein Vertrauen. Never. Bitte, Esmeralda. Ich versuche. Ich versuche mein Best. Ich versuche. Okay, der Typ hat wohl Probleme gehabt, aber er arbeitet dran. So, dann mal weg damit. Dann lass mal die Panels da oben schön abrupfen. Und die Airlock-Konsole. Und weg mit. So, dann lass mal den Spaß hier rausrupfen. Und da drüben reinschmeißen. Genauso wie den Spaß. Na komm schon. Komm schon. Oh, Sauerstoff wird knapp. Ja, einmal pro Schicht müssen wir auffüllen. Das ist so ein bisschen blöd. Aber so ist es halt. Gut, dann lass mal Karten gehen. Bei unten. Gibt es jetzt zufällig. Ist es Sauerstoff? Nein, es gibt leider kein Sauerstoff im Schiff. Deswegen müssen wir mal kurz auffüllen. Das ist natürlich blöd immer, aber egal. Da bleibt ja nicht viel anderes übrig. Komm schon. Erstmal da rüber. So, dann mal hier ran. Willkommen zu Vintedron 9000. Danke für Ihre Verkaufung. Have a nice day. Okay, wir sind wieder voll. Sehr schön. Dann mal ran da. Und den Boden rausreißen und sonstige coole Sachen. Irgendwie sieht der Wechsel ein wenig seltsam aus. Fällt mir gerade auf. Aber was soll's. Wir müssen cutten, cutten, cutten. Wir sind da Cutmaster 9000. Komm schon. Einmal hier. Einmal ganz geskillt hier. Einmal ganz geskillt hier. Einmal drüben. Die Bodenplatte rausschrupfen. Da will ich nicht schneiden. Wenn, dann will ich hier schneiden. Und leider muss ich jetzt einmal doch hier runter. Und einmal hier schneiden. Aber sich Ruder ist da. Geh mal weg da. Brauchen ich nämlich. Und zwar brauchen wir dich da drüben. Einmal schön da rein schon mal. Du kommst auch raus. Kommt schon. Einmal auch raus. Auch einmal darüber. Genauso wie du. Die letzte Platte, oder? Äh, nee, Moment mal. Ähm, welche letzte Platte? Keine Ahnung. Ach, das ist die letzte. Okay, glaub. Ach nee, da. Hat sich ganz schön weit bewegt. Muss man schon sagen, du. Ganz schön weit, du. So, dann mal rüber damit. Mit Glück muss man die Laufstege nicht nochmal extra abschnibbeln, sondern beides kann in den Prozessor. Finde ich sehr schön. Stuhlchen. 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 Und noch ein Stuhlchen. Stuhlchen. Oh, in der Stunde damit. Auch. Lichtchen auch. Der Sparstatt drüben auch. Oh, ein Moment. Ach, Entschuldigung. Tut mir leid. Und nein, kein Corona. Glaube ich mal. Ich gehe nicht davon aus, von wem denn. Gehe ja nicht raus. Du musst aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und schaffen. Oh, komm, du mal da lang. Du kommst auch gleich. Ey. Du kommst auch gleich darunter. Perfekt. Stuhl reist mir auch mal nach raus. Du auch. Komm schon, du auch. Stuhlchen. Ach, Stühle. Nee. Gut, dann kann man es ja an die Airlock-Konsolen machen. Scheiß auf die Lampen, außer natürlich diese Lampen. Die nehmen wir mit. Die sind ja auch was wert. Die anderen, scheiß drauf. Beispiel die da. Nehmen wir auch gleich mit. Weg damit. Die Lampe hier auch gleich. Die Lampe hier auch mal raus. Ja, die kommt in den Prozessor. Oh, weg mit. Gut. Gut, dann mal hier ran. Muss man mit diesem Computer-Terminal machen. Was der Wend-Controls. Okay. Was ist das hier? Ah. Die Corruption-Fuel-Line. Oh, das heißt also. Wir sollten, bevor wir anfangen, den Thruster rauszureißen, den Ding rausrupfen, oder? Die... Den Treibstoff. Keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll, aber... Ich hab nur als keine Ahnung, wie man zu dieser blöden Airlock reinkommen soll, ohne sie kaputt zu schneiden. Wollt es ab. Du hast ungefähr eine Minute left. Ja, aber jetzt egal. Wir schneiden mal das Cockpit lose, dass wir da vorne reinkommen. Und Stück für Stück das Schiff abnehmen können. Dann schauen wir in der nächsten Folge, hätte ich gesagt, weil es ist eh gleich rum. Ich hab gesagt, wir ziehen mal kurz. Bis da mal in die Richtung. Ein Stück weit zumindest, bis es da mal lose wird. Das ist das komplette Schiff lang, weil eigentlich müsste er jetzt das Cockpit abziehen. Eigentlich müsste es doch jetzt das Cockpit abziehen, oder? Ah, keine Ahnung. Ja, wir haben nicht viel Geld gemacht, diese Runde. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, Morning Shipbreaker. Was? Warum wird das immer teurer? Das wird ja immer teurer. Wollt mich doch verarschen. Äh, ja, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.